Kurze Vorgeschichte. Neulich habe ich ja schon ein Video zum Thema Entrauschen gemacht und war da total begeistert, was die künstliche Intelligenz heute kann. Also gerade Topaz, die Noise AI, aber auch DxO Pure Raw oder da die Deep Prime Technologie. Das ist einfach Wahnsinn, was da geht und ich war so begeistert, dass ich mir dann das ganze Bundle von Topaz gekauft habe. Also mit die Noise AI zum Entrauschen, mit Gigapixel AI, um Bilder zu vergrößern. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, das ist schon eine Weile her. Und mit scharpen AI, um Bilder nachzuschärfen und tatsächlich um richtige Unschärfe auch rauszurechnen. Das funktioniert tatsächlich ein bisschen. Und das hat mich eben dazu gebracht, dass ich, Vorgeschichte Teil 2, ich war vor zwei Wochen mit meinen Kindern in Spanien und habe dabei dieses Foto gemacht. Nichts Besonderes, einfach nur im Flugzeug, um der Mama zu schicken, hallo, wir sind sicher gelandet. Das war da, als der krasse Sturm war, aber ging alles gut. Mit dem Handy, Nachtsichtmodus. Erstaunlich, was geht, der Nachtsichtmodus, aber du siehst, das Kind ist leider ein bisschen verwackelt. Also habe ich das durch scharpen AI gejagt, aber ich kann es ja gleich sagen, ich muss dir das Ergebnis gar nicht zeigen. Das hat absolut, ja, das hat nicht funktioniert. Aber mein Ehrgeiz war geweckt und jetzt sieht die Sache eben so aus. Ist doch verrückt, oder? Ja klar, Farben können wir noch ein bisschen anpassen, noch ein bisschen entrauschen und noch weiter nachschärfen und so weiter und so fort. Aber wenn man bedenkt, dass es ursprünglich mal so ausgesehen hat und jetzt sieht es so aus, das ist schon geil. War jetzt auch nicht Sharpen AI? Nee, es war die App Remini oder Remini oder wie auch immer, aber es ist einfach geil. Ich habe dann gleich noch weiter probiert. Das war auf der Dachterrasse bei uns in Spanien. Also auch hier, wenn man hier reinzoomt. Ja, ich bin nicht der Schärfste. Und einmal durch Remini gejagt, kann sich schon sehen lassen. Also gut, hier sieht man, hier hat er schon ein paar Probleme. Also perfekt ist diese App nicht, aber es ist doch einfach Wahnsinn. Vorher, nachher und du musst nichts machen, du musst einfach nur, na, da mal durchschieben. Aber gucken wir uns die App an. Hier haben wir sie und du siehst schon oben, du hast jeden Tag fünf Bilder kostenlos. Das ist super cool, du musst nur ein bisschen Werbung gucken und dann macht man einfach ein Bild auf und nehmen, na, wir nehmen doch einfach mal das, von dem wir geredet haben. Und du siehst, das ist das unscharfe Bild und jetzt sagt er einfach hier, get your task after re-seeing an ad. Klicken wir drauf, müssen wir eben Werbung gucken, ein bisschen warten, dafür kostet es eben fünfmal am Tag nichts. So, ich habe fertig geguckt mit der Werbung und hier haben wir das Bild. Schon Wahnsinn, oder? Vorher, nachher, vorher, nachher. Ja, ich kann es jetzt noch ein zweites Mal durchlaufen lassen, das kostet mich nicht mal ein extra Credit. Das heißt also, ich kann ja immer noch vier Bilder machen, muss nochmal Werbung gucken und dann schärft es noch. Ah, ah, so, Werbung, nochmal Werbung gucken. Also es kostet kein extra Credit, er schärft da noch ein bisschen mehr nach. Manchmal ist das besser, ein zweites Mal durchlaufen lassen, manchmal nicht. In dem Fall habe ich es jetzt nur einmal durchlaufen lassen und jetzt ist die Werbung vorbei. So, jetzt ist sie vorbei und jetzt können wir mal gucken. Jetzt können wir gucken, after 1, after 2, ranzoomen, 1, 2, guckt da jetzt noch ein bisschen mehr nachgeschärft. Aber ich finde da jetzt in dem Fall 1 sogar besser. Und das kann man dann speichern und kann es dir in groß einfach zeigen. Ich finde es einfach irre, was die App macht. Wir kommen gleich dazu, wie es funktioniert. Vorher noch, Nummer 1, ich werde nicht bezahlt von Remini oder Remini oder wie auch immer. Und Nummer 2, das soll natürlich nicht heißen, dass du bei der Aufnahme nicht darauf achten solltest, dass deine Bilder scharf sind oder dein Motiv scharf ist. Im Nachhinein das zu korrigieren ist immer schlechter, als das gleich richtig zu machen. Aber es gibt eben Situationen, wo es mal nicht hingehauen hat. Und da helfen dann Apps wie Sharpen AI, dazu kommen wir gleich noch, und eben Remini. Aber gucken wir uns an, wie Remini funktioniert. Und dazu habe ich einfach hier noch ein anderes Bild genommen. Ich habe einfach rumprobiert. Das ist ein Cover von einem anderen Video von mir. Ich mache sehr gern, dass ich ein bisschen verschwommen bin, also aus dem scharfen Bereich raus. Und du siehst hier der Pocket 2 und die Insta360, die ist auch nicht mehr ganz scharf. Die sind eben scharf, aber ich unscharf. Ich habe das Bild einfach durch Remini geschoben und da kommt dann das raus. Und da sieht man eigentlich auch schon ganz gut, wie es funktioniert. Wenn ich da jetzt ranzoom, machen wir mal 100%. Das hier ist nicht meine Brille. Das ist eine andere Brille. Das sind auch nicht meine Augen. Das ist nicht meine Nase. Das ist nicht mein Mund. Und so einen schön gekämmten Bart habe ich auch nicht. Und da hinten hat er noch irgendwie ein Ohr dazu gefummelt, was vorher nicht da war. Guck mal. Hier hat er ein Ohr dazu gefummelt. Das war vorher nicht da. Ja. Der nimmt einfach, also der lädt das Bild in die Cloud hoch und sucht sich Augen und Gesichtsteile, die so ähnlich aussehen, in dem Fall auch eine Brille, und setzt das rein, sodass du hinterher ein scharfes Bild hast. Und ich meine, wer mich nicht kennt oder zur Not, funktioniert das doch. Finde ich schon geil, oder? Ich habe hier dann noch meine Frau genommen, auch so ein ähnliches Bild. Europa Park Jahreskarten, wird mal wieder Zeit, würde ich sagen. Genauso fotografiert, hier vorne die Jahreskarten scharf und eben das Gesicht unscharf, durch Remini geschickt. Sieht es so aus, und da sieht man auch schön, er hat eben die Brille, hat er nicht erkannt, dass da oben die noch rumgeht und dachte, es wäre irgendwie so eine halbe Brille. Hat nur die Hälfte gemacht, andere Augen reingesetzt. Auch hier ist ein bisschen komisch, anderer Mund reingesetzt. Es ist nicht perfekt, aber zur Not, es ist doch einfach Wahnsinn, was geht. Und mein Ehrgeiz war noch weiter geweckt, denn ich habe, das war mit dem F0,95 TT, 7 Artisan oder TT Artisan, ist egal, mit dem Objektiv für die EOS M, verlinke ich dir das Video irgendwo da oben. Das war generell immer soft bei Offenblende, wie gesagt, Offenblende 0,95, und ich musste mich da halt an die richtige Stelle stellen, Fernauslösung machen mit dem Handy, dass es scharf wird. Und es war gar nicht so einfach, da die richtige Stelle zu finden. Und da dachte ich, gut, gucke ich mal, was passiert. Jage es durch Remini und dabei kam dann das hier raus. Oder Moment, ich muss... Ah! Hier, wir gehen das nochmal. Ich muss einfach die Ebenenmaske deaktivieren. Das kam raus, wenn ich es durch Remini geschickt habe. Eigentlich auch schon ganz okay, wenn man bedenkt, so sah es ursprünglich aus und so hat es dann Remini gemacht. Gerade das Gesicht, auch da können wir 100%, kann man ruhig machen. Das bin nicht ich, aber das weiß ja keiner. Vorher war es eben einfach nur Matsch. Hinterher das. Zur Not ist es okay. Ich hau es immer wieder um. Aber ich wollte noch mehr und habe es dann auch durch Charbon AI gejagt. Charbon AI. Vorher, nachher. Charbon AI hat das Gesicht überhaupt nicht hingekriegt, wie man sieht. Aber hat dafür hier die Jacke, die Knöpfe und so. Hier hat er chromatische Operation ein bisschen weiter rausgearbeitet. Gut, hier ein bisschen zu heftig gemacht. Aber was ich schlussendlich gemacht habe, habe ich gesagt, okay, Remini, 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 die App, halt. Kriegt das Gesicht hin. Charbon AI kriegt den Rest hin. Also setze ich es doch einfach zusammen und habe hier dann maskiert. Du siehst, ich habe nur den Hintergrund und alles, habe ich das Original gelassen. Also ich habe nur quasi die Jacke hier rein retuschiert. Vorher, nachher. Und dann hier, ah, so, okay, schon aus. Ich habe schon lange nicht mehr so mit Photoshop gearbeitet. So, und dann das Gesicht noch. 100 Prozent. Ja, naja, gut. Aber wenn man es so einpassen macht, wenn man bedenkt, wie es vorher ausgesehen hat. So zu so. Ist doch nicht schlecht, oder? Ich habe es dann nochmal durch Charbon AI gejagt und durch Lightroom. Und habe dann das draus gemacht. Und ich finde, das ist schon eine geile Sache. So zu so. Ist doch krass, oder? Also ich bin begeistert, was heutzutage mit künstlicher Intelligenz machbar ist. Und mit eben einem großen Pool an Daten. Aber wie gesagt, guck lieber, dass du bei der Aufnahme gleich alles scharf machst. Und nicht im Nachhinein so rumfummeln musst. Aber mit wenigen Handschritten, Handschritten, Handgriffen. Handschritten ist auch doof, oder? Ist von Handstand vielleicht gut. Also mit wenigen Handgriffen lässt sich doch noch einiges machen. Gerade wenn man jetzt irgendwie Situationen hat, was weiß ich, Hochzeit oder irgendwie, wo du nur eine Chance hast, um das richtige Foto zu machen. Und dann ist es dummerweise nicht ganz scharf. Mit scharpen AI und mit Remini zusammen lässt sich doch einiges machen. Aber ich habe das Bild von meinem Sohn übrigens der Mutter natürlich gezeigt. Und die hat es nicht erkannt, dass es das falsche Kind ist. Also geht schon durch. Obwohl hier die Zähne sind komplett falsch. Da sind irgendwie zwei komische Zähne drin und so. Aber es geht durch. Von daher, ich bin einfach begeistert, wollte ich dir zeigen. Kommentier du unten mal, ob du noch andere solche abgefahrenen Apps kennst. Weil das macht ja total Spaß, da rumzuprobieren. Mir macht es zumindest total viel Spaß. Also unten drunter einfach kommentieren. Und wenn du sehen willst, was ich noch alles so entdecke an Apps und was ich mit Kameras mache und so weiter und so fort. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Hier verlinke ich dir noch das Video, wo es ums Entrauschen ging. Hier noch mein letztes Video. Und dann sieht man sich auch schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.